Ah ja, genau, die Aufzeichnung wurde von Moho gestartet. Okay, jetzt kann ich das sehen. Ja, hallo Björn. Hallo Moho. Freut mich, dich zu sehen. Ja, ebenso. Das ist ja wirklich spannend. Ich war doch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Hatte ich jetzt nicht so erwartet, aber dann hatte Cosima mich angeschrieben und gesagt, dass du gerne mal mit mir quatschen würdest. Ja, ja, ja. Ja, wir sehen uns zum ersten Mal. Ich kenne dich über Cosimas Kanal und fand das ganz interessant, was er da so miteinander besprochen hat und hatte mir schon länger mal überlegt, dass wir vielleicht auch mal was zusammen machen könnten. Wenn ich mich recht erinnere, also ich habe die Cosima vor einem Jahr oder so durch Zufall gefunden auf YouTube und da sprach sie über ihre negativen Erfahrungen mit Neoat weiter und auch über ihre DPDR, also Depersonalisation, Derealisation ist das, glaube ich. Genau. Warst du es dann, der sich mit ihr in Verbindung gesetzt hat, weil du eine ähnliche Vorgeschichte hast? Ja, genau. Es war eigentlich so, dass meine Freundin, die eben auch von Depersonalisation, also auch eben langwierig betroffen ist, nicht ganz so lange wie ich, aber eben auch schon seit 2005, bei mir ja seit 1996. Und sie war ja immer sehr viel auf der Suche nach irgendwelchen Erklärungen, nach anderen Leuten, die betroffen waren, ob es irgendwas gibt, was hilft. Und dann hat sie halt Cosima entdeckt, also als sie quasi gerade so begonnen hatte mit ihren ersten Videos, was ja eigentlich erst mal noch so ein Experiment gewesen ist, im Urlaub und das erst mal aufzuzeichnen. Und das hat meiner Freundin dann sehr zugesagt, weil das so, ja, weil das so bodenständig auch war. Das war halt auch nicht irgendwie so großartig durchgestylt so und wirklich nah an der Sache. Und das fand sie so toll und das hat sie mir dann gezeigt. Dann habe ich mir das halt auch ein paar Mal angeguckt. Und dann ging es eigentlich um so ein spezielles Video. Da habe ich dann irgendwie einen Kommentar gepostet und einiges von mir auch geschrieben. Und ja, und dann hatte sie eigentlich, weil sie gesehen hatte, dass da so Ähnlichkeiten sind, eben weil ich auch meine Erfahrungen mit Advaita Vedanta gemacht habe, selbst auf dem Satzsang war und so, dann hatte Cosima eigentlich so die Idee, Mensch, ja, dann könnten wir eigentlich mal ein Interview machen, könnten wir eigentlich quatschen. Und so ist das Ganze dann ja eigentlich ins Rollen gekommen. Genau, ich habe einen Kommentar geschrieben, sie hat mich eingeladen und dann, ja, dann haben wir halt das Interview gemacht. Also da hast du ja sowohl auf Cosimas Kanal als auch auf deinem eigenen Kanal schon häufiger darüber gesprochen, was das überhaupt ist, die Personalisation, die Realisation. Aber ich könnte mir vorstellen, dass besonders von meinen Zuschauern einige sich da noch nicht so genau auskennen, beziehungsweise ich kenne mich auch nicht so super aus. Könntest du noch mal kurz definieren, was das überhaupt ist, die Personalisation, die Realisation? Ja, kurz definieren. Das ist so ein Ding. Also grundsätzlich ist es erst einmal schwer, das jemandem nahe zu bringen, der es nicht hat. Wenn man danach sucht, findet man viel, dann sagen Leute, ja, man steht neben sich oder es sieht mal irgendwie unwirklich aus. Das trifft es aber halt irgendwie nicht so ganz, sondern womit ich das in meinem ehesten vergleiche, also rein optisch, weil es sich bei mir auch so ein bisschen auf die Optik auswirkt. Wenn man sich jetzt Videos anguckt, am besten von sich selbst, also man würde sich meinetwegen zum Beispiel eine GoPro, ein Actioncam auf die Stirn schnallen und dann irgendwie ein Video drehen, rausgehen und Fahrrad fahren zum Beispiel, sodass man die Hände sieht oder durch die Wohnung gehen, Dinge anfassen, sich vor das Gesicht halten, genau angucken, die Hände bewegen, was trinken, sowas in der Art. Und dann schaut man sich das hinterher an. Und man weiß, das sind die eigenen Hände, eigene Wohnung und so weiter. So kannst du dir das ungefähr vorstellen. So fühlt sich das tatsächlich an. Also du siehst, du weißt, du bist das, du tust das, aber du weißt auch im Augenblick, ich mache das hier gerade und ich bewege irgendwie meine Finger und gleichzeitig kommt es dir so vor, als würdest du ein Video von dir selbst sehen. Und bist auf diese Art sogar optisch von dir selbst entrückt. Und also der Unterschied zwischen der DP und der DR ist jetzt noch, also es gibt viele Leute, die haben eine DR, aber keine DP. Also die sind jetzt nicht entfremdet von ihren eigenen Gefühlen und Gedanken, weil das kommt nämlich auch dazu. Man spürt also eine gewisse Fremdheit im eigenen Denken, Fühlen und auch Sprechen. Und während bei der DR ist es eher so, wenn man das jetzt ohne DP hat, dann ist es wohl so, dass die Welt manchmal flach aussehen kann, kleiner, größer, verzerrt. Also DR gibt es in vielen Farben und Formen. Meine DR, die nenne ich immer DP-induziert. Also die Realisation, die ich habe, die ergibt sich sozusagen aus der DP. Dadurch, dass ich diese Fremdheit von mir selbst habe, habe ich diese merkwürdige Kameraposition. Es hat sich auch von den, ich sag mal so, von den Größenverhältnissen und so weiter nichts verändert. Aber es fühlt sich trotzdem so an, so unwirklich, als würde ich mir selbst die ganze Zeit dabei zusehen. Und wenn ich spreche, dann fühlt sich das auch immer so an, als würde einfach, als würde es durch meinen Mund sprechen. Und dass ich das gar nicht wirklich komplett willentlich tue, sondern es passiert halt einfach. Und so ist das mit vielen Dingen eben auch, mit dem Fühlen und Denken. Also mit dem Ganzen, was man ansonsten als sein Selbst, sein Ich bezeichnet. Man ist ja normalerweise identifiziert, also auch wirklich komplett mit dem Körper. Man wird ja auch immer so auf sich selbst zeigen, insbesondere aufs Gesicht. Also wir verbinden ja, wenn wir von einer Person sprechen, meinen wir den ganzen Körper, aber im Speziellen das Gesicht. Gesicht ist da ja ganz wichtig, weil wir darüber auch so viel ausdrücken. Und das ist normalerweise ja so, das machst du selbstverständlich. Du bewegst dich, du gehst, du springst, du redest, du lachst, du fühlst, du denkst, du machst irgendwas. Und komplett fließend. Und das ist dann halt nicht mehr fließend bei der DP, sondern du hast immer gleichzeitig, und das ist natürlich extrem anstrengend, die Selbstbeobachtung. Zum Beispiel habe ich eben, wenn ich jetzt mein Gesicht bewege, man merkt ja beim eigenen Gesicht, du siehst es zwar nicht, aber du hast halt Muskelbewegungen, wenn du lachst oder wenn du sauer bist oder irgendwie sowas. Und jedes Mal, wenn die Selbstbeobachtung sehr stark ist und mein Gesicht sich irgendwie bewegt, dann habe ich irgendwie so halbtransparent vor meinem inneren Auge eine Vorstellung davon, wie mein Gesicht gerade aussieht. So wie das wohl für jemanden von außen aussieht. Und das habe ich quasi gleichzeitig. Während ich alle Dinge so tue, so würde ich die DP beschreiben. Am Anfang habe ich sie auch so ein bisschen beschrieben, als wäre ich die Fliege an der Wand. Nur, dass ich halt eben nicht irgendwo anders sitze, sondern es sich nur so anfühlt, als wäre das Ich so ein bisschen verschoben. Das Ich kann halt vom Gefühl her sich verschieben. Und es fühlt sich halt entsprechend so an. Und was ich auch häufig benutzt habe, war so ein Begriff wie der dunkle Raum. Also es fühlt sich so an, als würde ich, seit die DP eingetreten ist, als wäre ich, also das wirkliche Ich, der wirkliche Björn, als wäre ich in einem gänzlich dunklen Raum untergebracht. Oder, sag mal, das, was ich bin, was letzten Endes mehr oder weniger nur so eine Art Bewusstseinspunkt ist. Und in diesem Raum kann ich direkt nicht mit meinen Sinnen wahrnehmen. Aber aus irgendeinem Grunde kommen von diesem Avatar sozusagen instantan die Sinneswahrnehmungen an. In diesem dunklen Raum, in dem ich mich befinde. Das erinnert mich dann auch immer so ein bisschen an den Film Matrix, wo die Menschen ja eigentlich in diesen Kästen liegen und über Kabel, eigentlich nur das, was von der Matrix kommt, in sie eingespeist wird. Und so habe ich das manchmal auch bezeichnet. Du sagst, du hast es seit 1996? Ja. Und wie kommt man dazu, wenn ich mal so flapsig fragen darf? Also von einem Tag auf den anderen? Oder hattest du einen konkreten Anlass? Also während bei anderen sich das so schleichend ergibt, war es bei mir tatsächlich, also zumindest dachte ich das so, sehr plötzlich. Also ich bringe das natürlich mit den ganzen Gegebenheiten damals ins Zusammenhang. 1996 im Frühjahr, so das Abi war geschrieben, die Schule, die für mich irgendwie so quasi halbe Ersatzfamilie war, war zu Ende. Ich musste ja quasi richtig ins Berufsleben, ins Erwachsenenleben rein. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt gerade todkrank, der hatte Lungenkrebs. Und den haben sie halt quasi zum Sterben nach Hause geschickt. Ich nehme mal an, dass das so das i-Tüpfelchen war. Und ich stand, genau, und ich hatte mir nach dem Abi, da waren wir irgendwie am Wochenende durch die Diskotheken gezogen, da habe ich mir noch einen Tinnitus auf beiden Ohren eingefangen. Und der mich natürlich auch gestresst hat. Und ich nehme an, das war dann halt, das war das i-Tüpfelchen. Und ich stand eigentlich nur in meinem Zimmer, habe Musik gehört. Ich weiß noch, dass ich über irgendwas nachgedacht habe. Und ich versuche bis heute auch rauszufinden, worüber ich wohl nachgedacht habe. Weil ich immer dachte so, okay, vielleicht ist das so ein bisschen, so der letzte Tropfen gewesen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nur, ich stand in meinem Zimmer und dann war es plötzlich so, als würden die Wände auf mich zukommen. Ich fühlte mich extrem eingeengt, meinen Herz fing an zu rasen, hier Panik gekriegt. Und ich dachte so, okay, was passiert hier denn jetzt auf einmal? Und dann habe ich mir einfach eine Zigarette gedreht und bin dann einfach erst mal rausgegangen. Und das war schon, das war am Abend, wie gesagt, April müsste es gewesen sein, nämlich an, ja, im April. Und es war abends schon und es war halt schon etwas dunkler. Und dann stand ich halt draußen, habe geraucht und da habe ich schon gemerkt, so, also irgendwas ist merkwürdig. Irgendwas ist anders, so beim Rausblasen des Rauchs und Angucken des Himmels, das war irgendwie alles schräg. Und dann ging ich rein in den Flur und dachte nur so, okay, was ist denn jetzt passiert? Dachte ich so, jetzt fühlt sich das an, als wäre ich in so einem Computerspiel oder so. Das war das Erste, was ich dachte. Und ja, also von daher war es quasi von einem Moment auf den nächsten. Und ich habe, also ich habe dann irgendwie zehn Jahre gebraucht, letzten Endes, um das irgendwie halbwegs einzusortieren, was das wohl ist. Und auch wenn ich relativ zügig danach dann in Psychotherapie war, ab Januar 1997 und der Therapeut tatsächlich auch eben das Phänomen kannte. Also Namen geben, ja, das ging schon, aber ich habe dann doch zehn Jahre gebraucht, um das wirklich irgendwie einzusortieren und einigermaßen damit klarzukommen. Und habe dann auch erst begriffen, dass das noch eine Vorgeschichte hatte. Tatsächlich in der Grundschule schon. Wo sich da auch schon eine Entrückung ergeben hat mit starker dann bleibender Selbstbeobachtung und viel Grübelei, aber ohne, dass es sich optisch so merkwürdig, ja, dass es so merkwürdig aussah, sich so merkwürdig anfühlte. Das kam dann eben erst 96 mit knapp 21. Vieles oder eigentlich alles, was du jetzt beschreibst, das klingt ja irgendwie auch nach dem, was Leute von ihren Erleuchtungserlebnissen erzählen. Das, was wir bisher für Realität gehalten haben, ist eigentlich nur eine Illusion und eigentlich ist da gar keiner. Dieser Avatar, das bin ich nicht und wer bin ich? Ja, nichts. Eine Frage, die jetzt auch mir manchmal gestellt wurde, ist das, was Leute Psychose nennen, zum Beispiel diese DP, DR, vielleicht sowas wie Erleuchtung oder umgekehrt, ist das, was die Erleuchteten für Erleuchtung erklären, ist das vielleicht nur ein spezieller Fall von Psychose oder gibt es da einen genauen Unterschied? Als ich die Frage anderen gestellt habe, haben die gesagt, ja, DP, DR, da hast du Panik, du willst raus, du fühlst dich nicht glücklich, während Erleuchtung, du willst wieder zurück in diesen Zustand, du fühlst dich wohl. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, aber das ist ja eigentlich, wenn es darum geht, ist diese Wahrnehmung real oder ist das die Wahrheit oder nicht, ist ja sekundär, ob es dich gut anfühlt für dich oder nicht gut anfühlt. Also würdest du sagen, dass es da eine Verbindung gibt oder könnte man genau sagen, was die eine Wahrnehmung von der anderen unterscheidet? Ist Erleuchtung doch was anderes als die Realisation oder ist es irgendwie dasselbe? Naja, sagen wir mal so, also erstmal muss ich eine kleine Korrektur anbringen. Die PDR ist halt keine Psychose. Sondern das ist eher ein neurotischer Zustand. In der Psychose ist es ja so, da hättest du eher sowas wie eine Schizophrenie, Paranoia, wo du ja auch quasi keine Krankheitseinsicht hast. Da weißt du ja dann auch zum Beispiel, dass du gerade verfolgt wirst zum Beispiel. Und deswegen ist der Begriff Psychose nicht so passend, auch wenn in der Schizophrenie zum Beispiel durchaus eine Depersonalisation oder die Realisation als Symptom auftauchen kann. Nun ist es aber bei mir so, das ist ja halt so, es hat sich ja von einem Moment auf den nächsten gleich so manifestiert. Das ist ja nicht so, dass es mal so ein bisschen eintritt und dann hat man Angst davor und dann festigt sich das, sondern so, dann zack, es war da und dann war es das. Also es war so dieses Komplett-Ding, diese Komplettnummer. Und naja, sagen wir mal so, ich bin ja auf die Suche gegangen letzten Endes. Ich hatte erst mal Therapie gemacht und die hatte keine Besserung gebracht. Und dann bin ich halt durch meine Ex-Frau mehr so auf die spirituelle Schiene gekommen. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, alles Mögliche, was ich da irgendwie, was ich da durchgegangen bin und so weiter. Und bin dann ja tatsächlich bei Advaita Vedanta gelandet. Ich habe natürlich auch ein bisschen im Buddhismus gewildert und da mal ein bisschen geschaut und Thema Erleuchtung. Aber letzten Endes wurde ich dann ja erst mal fündig tatsächlich bei Advaita Vedanta beziehungsweise man muss es dann ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das ja schon der Übergang zu Neo-Advaita ist. Ich war ja bei diesem Advaitameister Maduka. Das war 2006, da war ich ja beim Satsang. Und da habe ich mich tatsächlich wiedergefunden. Und habe auch wirklich, das ist ja der Punkt, ich habe das auch wirklich jahrelang geglaubt, dass es so eine Art Vorstufe ist und dass in irgendeiner Form jetzt die nächsten Schritte folgen werden. Warum auch immer. Weil, also ich sage mal, im Gegensatz zu dem, was jetzt so diese Non-Duality-Speaker machen, ist ja in der klassischen Advaita schon, da wird auch noch selbst Ergründung betrieben. Und sich halt die Frage gestellt, so wer bin ich? Immer wieder, wer bin ich? Um letzten Endes, naja, vielleicht zu dem zu gelangen, was man wirklich ist. Also wirklich zu realisieren. Also da habe ich natürlich Ergründung betrieben. Ich habe ja auch dann dieses Buch gelesen, was ja auch so eine, habe ich auch ein Video drüber gemacht, was ja so ein bisschen diese Erwachten-Bibel ist von Susanne Siegel, Kollision mit der Unendlichkeit. Und es ist ja, also da war es für mich unfassbar, welche Ähnlichkeiten wirklich da sich aufzeigten zwischen Susanne und mir. Und das war für mich dann auch so ein Punkt, wo ich dachte, boah, dann muss es das jetzt auch sein. Und es gibt auch verdammt viele Ähnlichkeiten bei dem, was so beschrieben wird. Auch dieses, es gibt auch so Zitate, ich weiß nicht, ob das ein Zitat von Rumi ist zum Beispiel, aus dem, aus dem, aus diesem mystischen Zweig des Islam, wo er sagt, ich weiß nicht, ob das von ihm ist oder von jemand anderem, wer spricht Worte mit meinem Mund? Das ist so ein Zitat, das mir dann so auch zugeflogen ist. Es fühlt sich für mich dann ja auch so an, dass es einfach so rauskommt letzten Endes. Und ich habe ja zudem auch noch ein paar weitere Erlebnisse gehabt. In meiner Selbsterforschung habe ich ja auch dieses Einheitserlebnis gehabt. Ich weiß nicht, ob du das mal dann im Video quasi gehört hast bei mir oder so. Und das war für mich ja einer der Knackpunkte, der nochmal dazu führte, dass ich das noch mehr geglaubt habe. Dass ich wirklich auf dem Weg der Erleuchtung bin. Weil in dem Moment, wo dieses Einheitserleben da war, da habe ich mich ja quasi, das war ja wirklich so ein Auflösungsempfinden. Das ist, das war also in dem Moment, wo es da war, wo es ja gar keine Zeit mehr gab, war es für mich auch vollkommen klar. Da habe ich mich wirklich so von innen nach außen gestülpt, in alles ergossen. Und dann war es auch keine Floskel mehr zu sagen, ich bin alles oder alles ist ich und ich bin eigentlich gar nicht mehr da, sondern das alles ist ich. Sondern das wurde konkret so empfunden. Das war definitiv so. Zwar ist das wieder zurückgegangen. Und die Susanne Siegel hat ja letzten Endes ein ganz ähnliches Erlebnis gehabt, nur dass es bei ihr dann zwei Jahre anhielt. Aber dann ging es ja auch wieder zurück bei ihr, bevor sie dann halt am Hirntumor gestorben ist. Und das hat ja meine Sicht auf die Dinge noch gefestigt, dass Depersonalisation und Erleuchtung oder zumindest der Weg dorthin identisch sind. Was mich letzten Endes davon wieder abgebracht hat, ist aber, dass in der DP, da ist quasi Identifikation eigentlich noch mehr auf die Spitze getrieben. Weil ich bin immer noch da, aber eben als diese merkwürdig grübelnde Gedankenschleife, die jetzt irgendwie entkoppelt ist von diesem Körper, von diesem Gesamtsystem sozusagen. Und als die bin ich aber total identifiziert, als dieses grübelnde Etwas. Und eigentlich wirst du ja im Erwachen, in der Erleuchtung, wirst du ja eigentlich deidentifiziert. Und hast ja nicht das Gefühl, dass du auch noch so richtig wie so eine Singularität auf dieses Denken tatsächlich komplett zusammengedrückt bist und das dann bist. Und das hat mich letzten Endes dann schon dazu gebracht, zu sagen, okay, ja, dasselbe wird es nicht sein. Ich weiß es natürlich nicht. Das ist der Punkt. Oder ob es nicht doch ein Weg dahin ist. Ich spüre ja auch immer noch so eine Art Sehnsucht. Das ist ja der Punkt. Ich spüre ja gerade in Situationen, in denen es mir schlechter geht und in denen es stressig ist, und das ist ja sehr häufig bei mir der Fall, dann taucht immer noch mal wieder dieser Wunsch nach, dieser Auflösung auf. Dass man sagt so, wäre das nicht schön, wenn das doch alles letzten Endes eine Illusion wäre. Also quasi mein eigener Traub. Und ich bin halt dieses eine, das alles ist. Und da gibt es auch keine Geburt und da gibt es auch keinen Tod. vor dem ich mich ja zum Beispiel auch sehr fürchte. Das ist ja etwas, das ist ja für mich der blanke Horror. Das Gefühl zu haben, okay, ich bin eigentlich nichts weiter als ein Produkt meiner neuronalen Netze. Und wenn die sterben, dann knipst man das Licht aus und dann bin ich weg. Und dann wird das so sein, als wäre ich nie da gewesen. Das ist für mich halt der blanke Horror. Deswegen ist die Vorstellung, das eine zu sein, dass sich das alles erträumt, und da gibt es keinen Anfang und kein Ende. Und der Tod findet dann ja nur in mir statt, sozusagen. Der ist dann ja auch so quasi ein Ereignis. Was passiert? Das passiert ja aber nicht mir. Und ich bin von all dem, auch von diesem ganzen Stress, gänzlich unberührt. Also das ist eine, also ich kann verstehen, dass es mich und auch andere so anzieht. Ja. Dieser Gedanke, ich kann das auflösen und es berührt mich nicht mehr und ich bin etwas, was dahinter steht oder davor oder wie auch immer und alles andere ist letzten Endes eigentlich nur ein Spiel, ein Theaterstück, Illusion und geschieht eigentlich nicht wirklich, sondern richtig wirklich bin nur ich. Das ist verlockend, möchte ich mal sagen. Aber ich kann, wie gesagt, ich kann nicht, ich kann das natürlich nicht so hundert Prozent sagen, eben weil in mir immer noch diese Teile sind, die sich da irgendwo hinsehnen. Aber ich würde schon sagen, dass es etwas anderes ist, falls es so etwas wie Erleuchtung wirklich gibt. Eine kleine Frage zu dieser Angst vor dem Tod, das ist wahrscheinlich etwas, was viele teilen. Was ich manchmal nicht so ganz verstehe, ist, wenn Tod bedeutet, dass du dich auflöst, sozusagen, es gibt dich nicht mehr. Wovor die Angst? Ich könnte verstehen, wenn jemand glaubt, er ist dieser dunkle, Raum, aus dem da irgendwelche Informationen vom Avatar kommen und wenn der Avatar stirbt, dann bin ich plötzlich ganz allein in dem dunklen Raum. Ich existiere weiter, aber ich bin jetzt eingeschlossen, sozusagen, und habe keinen Kontakt mehr. Davor hätte ich Angst. Aber die meisten Menschen denken ja nicht so, sondern es gibt mich nicht mehr, es gibt die Welt nicht mehr oder die Welt gibt es noch, aber mich gibt es nicht mehr. Wenn es das ist, wovor hast du denn Angst? Ich meine, das ist ja so wie im Tiefschlaf, sozusagen. Ich weiß, dieses Gespräch, das habe ich tatsächlich schon häufig geführt, auch mit einem Kollegen. Und ich habe letztens auch ein Buch gelesen von Irvin D. Jellum, In die Sonne schauen, der befasst sich, das ist ja so ein amerikanischer Psychoanalytiker, der beschäftigt sich ja ganz viel mit Todesangst und der Angst vor dem Sterben. Und ich weiß, dass die Menschen in der Regel Möglichkeiten haben, sozusagen, damit umzugehen, mit dieser Angst davor. Und auch sich sagen, ja okay, dann löst es sich auf, das ist aber auch das Ende von Schmerz, von Pflichten, von Leid. Das ist das Ende von allem. Also dann ist endlich Ruhe. Dann sage ich aber so, ja Moment mal, aber es ist ja aber auch niemand mehr da, der das Ende des Leids bezeugen kann. Niemand kann diese Ruhe bezeugen. Und das ist das Ding, ich fürchte mich vor der Nicht-Existenz. Ich möchte nicht existieren. Deswegen, also wenn mir irgendjemand, also keine Ahnung, hier würden ein paar Außerirdische landen und die hätten die Möglichkeit entdeckt, so wie man seinen Körper immer wieder erneuern könnte. Ja prima, her damit. Vielleicht würde ich nach 20.000 Jahren immer sagen, okay, jetzt reicht es mir auch. So möglicherweise. Aber die Vorstellung, nicht zu existieren, das hier alles nicht mehr bezeugen zu dürfen, mich selbst nicht bezeugen zu dürfen, das ist für mich, das ist für mich irgendwie der blanke Horror. Und all diese Ideen davon, also meint der Kollege auch zu mir, ja aber dann, dann ist doch all der Stress, alles Leid, all der Schmerz, körperlich, seelisch, ist dann vorbei. Okay, so, dann sagst du, ja, darauf freust du dich jetzt. Das stellst du dir jetzt, wo du jetzt existierst, stellst du dir das toll vor. So, und natürlich weiß man, in dem Moment, wo man weg ist, weiß man auch nicht mehr, dass man weg ist. Also könnte man sagen, ist egal. Okay, es wird dann auch egal sein. Ja. Das ist schon klar, weil ja niemand mehr da ist, aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber, aber jetzt, in diesem Augenblick, ist für mich die Vorstellung, nicht mehr zu existieren, einfach der blanke Horror. Das, das ist, glaube ich, ein ganz anderer Blickwinkel. Andere haben einen anderen Blickwinkel da drauf. Für mich ist ja zum Beispiel auch die Vorstellung total scheußlich, dass die, dass die, dass die Menschen aussterben. Ja. Weil die Menschen, nicht, dass ich jetzt die Menschen für so, für so besonders toll halte, aber was den Menschen halt, sagen wir mal, ähm, eigen ist, im Vergleich jetzt zu anderen Tieren, ähm, einfach weil sie sich auch überall hinbewegen können, ja sogar ins All und so weiter. Ja. Sie haben halt eine ganz andere Möglichkeit, das Leben mit allem drum und dran zu bezeugen. Abgesehen davon, dass wir das auch echt alles kaputt machen. Aber wir haben diese unfassbar geile, äh, Fähigkeit, alles zu bezeugen und, und allem sozusagen auch ein Denkmal zu setzen. Wir können Statuen bauen, wir können, wir können Bücher schreiben, Filme drehen, wir können das Leben, so wie, also egal, worum es sich dreht, wir können das Leben in, 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 in all seinen Facetten bezeugen und, 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 ähm, und darstellen. Und diese Art des Bezeugens empfinde ich als etwas, ich glaube, das ist den meisten gar nicht bewusst, aber das Leben und auch unser Lebensraum, das alles, wirklich nicht nur erleben direkt, sondern auch bezeugen zu dürfen, sagen zu dürfen, guckt euch das mal an, wie geil ist bitte die Existenz? Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was, was den Menschen ja eigen ist. Das ist ja eine Besonderheit. Und wenn der letzte Mensch stirbt, dann stirbt auch die, äh, dieses Bezeugen, dieses Dabeisein, dieses richtige, volle Dabeisein der Existenz, so, das ist dann auch weg. Und das ist auch für mich ein grausiger Gedanke. So, also ich habe das im Großen wie im Kleinen. Das ist etwas, was mich, ähm, ja, das, das macht mir Angst. Und von daher war, wie gesagt, auch diese Vorstellung, selbst, wenn ich denn wüsste, okay, eigentlich bin, nur ich alleine, ja, nur ich alleine bin und, und, und alles ist ich, so, dann, ähm, ist aber das trotzdem irgendwie, in gewisser Hinsicht war das für mich immer so die Fortführung einer Existenz oder meiner Existenz. Das ist wahrscheinlich Selbstbetrug. Vor allem, wenn man das wirklich, ähm, konsequent aus dieser spirituellen Sicht betrachtet, weil darum geht es ja eigentlich nicht. Ne, es geht ja nicht darum, seine persönliche Existenz zu verlängern. Ne, so, aber deswegen glaube ich, dass diese Angst einfach auch viel dahinter steckte. Hm, ich weiß natürlich nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt, sagen wir mal, schon in der, äh, ich sag mal, spirituellen Szene groß geworden wäre. Ja. Nur mal angenommen, ich wäre tatsächlich, keine Ahnung, ich, ich hätte vor schon, mich mit Buddhismus auseinandergesetzt, wäre vielleicht hier in Kiel, irgendwo in so einem buddhistischen Zentrum gewesen, regelmäßig zu meditieren und so weiter. Und dann wäre mir das widerfahren. Ja. Ich wäre regelmäßig irgendwo, meinetwegen in Indien gewesen. Ja, ja. Und hätte da gerade im Arschraben gesessen oder so. Und dann wäre mir das widerfahren. Und alle um mich herum hätten gesagt so, boah, was ist dir passiert? Dein Ich hat sich aufgelöst. Wer weiß, wie sich das für mich angefühlt hätte. Ja, ja. Ne? Keine Ahnung. Hm. Also von daher, du hattest das in deinen Fragen an mich ja auch geschrieben, ne? Das ist so ein bisschen, dass ich zwar diese Kritik äußere. Ja. Aber dennoch vieles von dem, was ich sage, trotzdem viel von diesem Non-Dualen spricht. Genau, genau. Ich meine, dein Kanal heißt ja auch Niemand Zuhause. Das klingt schon nach Adwaita so ein bisschen, ne? Also bei der Cosima ist es ja so, sie war auch beim Neo-Adwaita, aber heute, wenn sie von Non-Dualität hört dann, dann fängt sie mit den Augen an zu rollen. Also sie ist total anti. Während bei dir, da höre ich sowohl diese Kritik, aber du sprachst auch eben so ein bisschen, dass da immer noch so eine Sehnsucht ist nach Erleuchtung, wenn es sie überhaupt geben sollte, ne? Beziehungsweise du sagst es, glaube ich mal, in irgendeinem Video, eigentlich, du könntest eigentlich auch selber so eine Art Weiterlehrer werden, weil du den ganzen Sprech drauf hast. Du sagst, das ist natürlich ironisch, es klang nicht so, als ob du das wirklich vorhättest, ne? Aber manche Dinge, die du sagst in deinen Videos oder auch allein die Titel, die gehen schon ein bisschen in diese Richtung, ne? Also es ist nicht so wie Cosima totale Anti-Adwaita-Kritik, sondern ich höre da zwischen den Zeilen auch immer so ein bisschen diese Sehnsucht oder da ist doch was, ne? Durch. Oder verstehe ich da jetzt was falsch? Also das Ding ist, es ist zweierlei. Also zum einen ist natürlich diese Sehnsucht irgendwie da und natürlich auch irgendwie dieses Bedürfnis, wirklich herauszufinden, was mit mir wirklich ist und wer ich bin. Das ist ja auch gerade so Thema, dass ich authentisch sein möchte und wirklich das klar sein soll, wer ich bin, damit ich auch wieder ein Leben führen kann, das sich für mich gut anfühlt, weil es tatsächlich so ist. Es fühlt sich derzeit einfach nicht gut an, ich zu sein. Und das geht schon eben verdammt lange so. Das sind jetzt bald drei Jahrzehnte. Und irgendwo möchte ich in ein, ich möchte auch in eher ein fließendes Dasein kommen, egal wie es sich jetzt gestaltet. So, das möchte ich halt gerne. So ein fließendes Dasein sein und nicht diese ewige Anspannung. Und dadurch, dass ich halt diese Erfahrung gemacht habe und mich auch so lange, tatsächlich über viele Jahre natürlich mit der spirituellen Seite auseinandergesetzt habe, eben mit Non-Dualität auseinandergesetzt habe, da ist natürlich was übrig. Das kann ich ja nicht einfach wegwischen. Das ist ja irgendwie da. Und wie gesagt, diese Sehnsucht ist da. Was mich allerdings wiederum nervt ist, und da habe ich jetzt gestern auch noch ein Video gemacht, also Cosima hatte ja noch ein Video gemacht zu dieser Maya Carina und dem Thema Trauma ist nur ein Gedanke. Da habe ich gestern noch eine Support Reaction aufgenommen für Cosima. Weil das ist so ein Thema, wo ich dann denke, da geht es mir dann irgendwie zu weit. Da werden Dinge dann gesagt, wo ich dann merke, da wird auch aus meiner Sicht, wird das, was im Advaita Vedanta ursprünglich mal gesagt hat, wird unfassbar verwurstet zu etwas, was man überhaupt nicht mehr greifen kann. Da ist dann ja quasi überhaupt nichts mehr übrig. Und solche Aussagen wie Trauma ist nur ein Gedanke und eigentlich das, was dir angetan wurde, liegt in deiner eigenen Verantwortung. Und eigentlich ist es nur dein alter Urschmerz aus der Trennung. Und in Wirklichkeit ist gar nichts passiert. Da fängt das wirklich an, also für mich dann unerträglich zu werden. Und das ist eine Sache, wo ich dann gegen angehe. Also da spüre ich dann den Impuls, wirklich gegen anzugehen. Und genauso, ich glaube auch, und das war ja auch ein Thema bei dir, was du dann mir auch geschrieben hattest, dass ja überall aus allen Ecken jetzt die Erleuchteten, die erwachten irgendwie Hochpilzen und ihre Videos machen, Bücher schreiben und so weiter und so fort. Und beim besten Willen, ich glaube nicht, dass das alles irgendwie vollständig Erwachte sind. Das glaube ich einfach nicht. Zumal ich einfach weiß, wie leicht das ist, diesen Sprech zu kopieren. Ja, ja. Du kannst den nachäffen. Das ist total simpel. Und du kannst auch, weil viele solcher Bücher ja auch aus Dialogen bestehen, aus Satzsangs, wo dann gesprochen wurde. Das sind so Transkriptionen von Aufnahmen. Ja, meine Güte, das kann ich mir auch ausdenken. Ja, ja. Ich muss mal kurz den Kater reinlassen. Der will dich ja unbedingt rein. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ja, der unterbricht mich ja gerne, der Kater. Ja. Ja, genau. Von daher glaube ich auch nicht, dass das alles irgendwelche sonst wie Erwachten sind. Zumal es wird dort immer von Klarheit gesprochen. Von Wahrheit und von Klarheit. Ja. Aber wenn man sich einige, also die merkwürdig verquirlten und verschwurbelten Sätze anhört, die da gesprochen werden, die kann kein Schwein nachvollziehen. Das kann niemand verstehen. Wieso sollte man solche Sätze, Cosima hat ja zwei oder drei von diesen Sätzen vorgelesen da in ihrem Video. Ja, ja. Und wieso sollte jemand solche verschwurbelten Sätze sagen, die teilweise zeitlich, grammatikalisch, wie auch immer noch, auch schon gar keinen Sinn ergeben. Warum sollte man das sagen? Warum würden wir da noch von Klarheit sprechen? Und dann sitzen da die Leute und nicken und sagen, ja, wow, in so einer Klarheit habe ich das noch nie gehört. Und die sagen, ey, was hat das mit Klarheit zu tun? So. Und da glaube ich, da ist einfach jemand, der greift das auf und damit er nicht einfach exakt das sagt, was jemand anderes sagt, naja, stellt er die Worte ein bisschen um, schwurbelt da ein bisschen was rein und dann hat er andere Aussagen, die halt, wer weiß, wie, naja, die klingen halt irgendwie danach und dann präsentiert er das und das war's. Ich könnte das auch. Ich könnte mich jetzt auch verkleiden. Also richtig verkleiden. Nicht wie das in meinem Satire-Video mit dem Meister Michael, den kennt man dann jetzt nicht, aber ich könnte mich verkleiden. Und dann könnte ich wirklich auch einige meiner damaligen Erkenntnisse, die könnte ich zum Besten geben und das wirklich ernsthaft machen. Und die Leute würden mir hinterher rennen. Da würde ich irgendwann auch so eine Gruppe um mich scharen, könnte Satzangst halten oder was weiß ich, könnte ich machen. Von daher, und das nervt mich dann. Also das nervt mich dann, insbesondere wenn dann wirklich so, wenn man sich über psychische Erkrankungen unterhält und über Trauma und so weiter und Trauma, da kann sich jeder darüber informieren, was das für eine Auswirkung auf Körper und Seele hat bei einem Menschen. Schocktrauma oder auch komplexe Traumatisierungen, die es ja auch gibt. Das ist in meinem Fall so. Bindungstraumata, Beziehungstraumata. Die haben eine Auswirkung auf die Seele, auf den Geist. Wirklich, das spiegelt sich wieder im Nervensystem, in den neuronalen Netzen. Und damit hast du Jahre und Jahrzehnte zu tun. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ey, das ist nur ein Gedanke. Es ist in Wirklichkeit nichts passiert. Nein, das Einzige, das Einzige, was du eventuell tun kannst, wenn du dann da sitzt und so eine Aussage hörst, ja, dann kannst du mit daran arbeiten, das irgendwie zu verdrängen und irgendwo hinzudrücken. Und das wäre dann aber auch alles. Und dann würde es sich trotzdem wieder irgendwie bemerkbar machen. Und da finde ich, da sollen diese Leute bitte auch die Finger von lassen. Sie können ja meinetwegen gerne sich selbst diese Geschichten erzählen. Ob sie dann daran glauben oder nicht, es ist mir auch egal. Aber dieses Thema sollen sie gefälligst weglassen. Das sollen sie sich von fern halten, weil irgendeine Form von spirituellem Vorgehen, das ersetzt einfach keine Psychotherapie. Das ersetzt es nicht. Natürlich haben die eine andere Sichtweise. Jetzt wird der Krater wieder raus. Das war natürlich klar. Vielleicht wird er auch. Genau, das ist auf der, das sind ja auch zwei, wie soll ich sagen, zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen. Ich kann da jetzt mich hinstellen und sagen so, ja, nee, das psychische Erkrankungen, die haben bei euch nichts verloren. Ja, meinetwegen könnt ihr irgendwelche Mantras singen, das könnt ihr gerne machen, aber befasst euch bitte nicht mit Trauma. Ihr seid nicht ausgebildet und das, was ihr da sagt, ist gefährlich. So, lasst das bitte sein. Natürlich kann jemand von der anderen Seite dann sagen, und da spielt es ja gar keine Rolle, was für ein Thema das ist, Trauma oder ich bin irgendwo gegen die Wand gelaufen oder habe einen Rohrbruch in der Wohnung. Da können die immer sagen, wieso ist doch nichts passiert. Es ist doch alles nur Illusion, du bist nicht berührt, du bist das eine, dass sich das nur erträumt, das musst du nur erkennen. Die können immer alles vom Tisch fegen, das ist ja genau der Punkt. Diese Sichtweise ist halt so eine in sich geschlossene Logik. Ja. So. Ja, es ist einfach so. Das ist einfach das. Das ist eine in sich geschlossene Logik, da kann man auch nicht gegen andiskutieren und die fegt einfach alles vom Tisch. Da ist dann alles irgendwie weg und das ist etwas, das passt mir nicht. Aber nochmal zurück zu der Frage, woher kommen diese ganzen Erleuchteten? Warum schießen die wie Pilze aus dem Boden? Würdest du sagen, dass einfach ein Schneeball-Effekt durch die Bücher, die auf dem Markt sind und YouTube-Clips oder spielen vielleicht auch Substanzen da eine Rolle, dass es heutzutage sehr viel einfacher ist, an LSD oder an Pilze zu kommen? Oder wodurch erklärst du dir das? Also ich glaube, mit irgendwelchen Substanzen hat das weniger zu tun, weil ich weiß ja aus eigener Erfahrung, auch in den 90ern war das jetzt nicht so schwer, in den Kram ranzukommen. Das war jetzt nicht so das Thema. Also es hat, also ich sag mal, Advaita, Neo-Advaita, Non-Dualität hat ja eine immer stärkere Verbreitung erfahren. Ja. Im Laufe der Zeit erstmal natürlich durch Bücher. Ja. Insbesondere so eben nach dem Jahrtausendwechsel. Und dadurch hast du natürlich erstmal eine Menge Mundpropaganda. Aber ich glaube, eben gerade durch Social Media ist das halt einfach, hat das einfach, so wie alles andere auch, eine viel größere Verbreitung erfahren. Und natürlich ist der Wunsch bei vielen, vielen Leuten der Realität in gewisser Hinsicht zu entfliehen oder das irgendwie zu verbessern. Frieden zu haben. Denn das ist ja, das ist ja immer das, warum die Leute dahin rennen. Letztendlich geht es immer irgendwie um Frieden. So. Und diese Beschränkung, die man, die man, die man immer spürt, dass man das einfach nicht mehr wahrnehmen muss. So, dass man da in irgendeine andere Art des Wahrnehmens und Fühlens hineinkommt. So, das Bedürfnis ist ja da. Und das nimmt wahrscheinlich sogar noch zu, wie sich unsere Welt und wie sich unsere Gesellschaft im Moment entwickelt. Und über Social Media findet alles totale Verbreitung. Ich meine, das sieht man ja, was für ein Dreck da überall hochgespült wird und überall landet. So und so findet auch das letzten Endes eine große Verbreitung. Und deshalb pilzen die denn so aus dem Boden. Und ich sage mal so, wenn man sich eine Geschichte erzählt und wenn man vielleicht auch tatsächlich daran glaubt, also das, was man durch was auch immer für Gegebenheiten wahrnimmt. Vielleicht sind das auch Leute, bei denen sich die Wahrnehmung irgendwie verändert hat. Ich stecke ja nicht in deren Köpfen drin. Und wir alle, wir Menschen sind einfach gute Geschichtenerzähler und wir erzählen uns halt selbst gerne Geschichten. Das tun wir ständig. Und dann erzählen sie sich diese Geschichte eben auch und dann erzählen sie die eben bei YouTube. Und was ich auch eben denke ist, wenn man also das weiß ich immer aus eigener Erfahrung, wenn man jetzt diese Geschichte aufrechterhalten möchte, so, dann reicht das irgendwann auch nicht mehr, dass du Bücher liest. Ich habe ja, ich war nur einmal beim Satzsang und dann habe ich halt Bücher gelesen, ganz, ganz viel. Die ganzen Klassiker habe ich gelesen und dann eben auch die neueren Meister, da habe ich dann irgendwas von gelesen. Und aber das reicht irgendwie als Impuls von außen nicht mehr aus oder reichte für mich nicht aus, um dieses Narrativ, das ich hatte, dieses Erleuchtungs- oder Erwachens-Narrativ wirklich aufrecht zu erhalten. Das hat einfach nicht mehr ausgereicht. Und ich könnte mir zumindest vorstellen, dass, wenn ich mir diese Geschichte erzähle und dann auch selber denke, ich bin, wer weiß, wie weit. So, weil es sich, vielleicht fühlt es sich auch gerade total toll an. Wie gesagt, in meiner Einheitserfahrung, das war der Wahnsinn, wenn das geblieben wäre, ich dachte, mein Gott, so kann ich bis ans Ende meines Lebens oder darüber hinaus einfach existieren. das war wunderschön. Das fühlte sich wirklich an, wie nach Hause gekommen zu sein, wirklich wie angekommen sein. Es war ja auch wirklich so, dass ich dachte so, ich muss keine Frage mehr stellen. Außer sowas wie, wenn ich irgendwo hinfahre, wo geht es zum Bahnhof oder wo kann ich einkaufen? Wo kriege ich einen Döner her oder sowas? Und ansonsten aber wirkliche Fragen, richtig existenzielle Fragen waren nicht mehr zu stellen. Auch keine Fragen mehr zur Erleuchtungssuche oder so. Die waren auch nicht mehr zu stellen. In dem Zustand hätte ich gesagt, geil, da lebe ich jetzt. Wunderbar. Und vielleicht hat ja der eine oder die andere dann entsprechend eine Gefühlslage und sagt sich, boah, ich bin jetzt wirklich auf einem Stand, wo ich sagen kann, das ist Erleuchtung, das ist Erwachen. Aber ich denke, was nötig ist, damit du, weil ich das eher für eine Geschichte halte, die man sich selber erzählt, ist es notwendig, dass du die Impulse von außen immer wieder bekommst. Und das schaffst du halt, indem du Schüler hast. Indem du Leute um dich schaffst, die dann immer wieder dabei sind und das immer wieder bestätigen. Nicken und sagen, ja, in dieser Klarheit habe ich das noch nie gehört. Und dann auch Fragen stellen. Das Ding ist ja, es festigen sich ja mitunter Dinge mehr, wenn du etwas erklärst. Das merke ich zum Beispiel, wenn ich meinem Sohn was erkläre bei seiner jetzigen Ausbildung. Da geht es um Programmierung. Wo ich eher dachte so, oh Gott, kann ich das selber? Kann ich das überhaupt? Aber dann kam ich in die Rolle des Erklärers und dann hat sich das mir so richtig ergeben und ist so geflossen und das hat sich für mich viel mehr gefestigt. Also in der Rolle des Lehrers zu sein, kann auch Dinge festigen. Und wenn du dann da sitzt und erklärst, beantwortest Fragen und wiederholst natürlich auch die Dinge, das ist ja so, dass gewisse Phrasen immer wiederholt werden. Egal ob sie eigentlich gar kein Gehalt haben und du wiederholst es, wiederholst es, wiederholst es und durch Wiederholung wird es irgendwann wahr. Und wenn du das machst, die Impulse kommen durch deine Zuhörer immer wieder von außen, dann bist du auch in der Lage, dieses Narrativ aufrecht zu erhalten. Ja. Und dann lebst du halt einfach da drin. Ob man, ich weiß nicht, manche machen das unentgeltig, ich weiß nicht, wie die sonst arbeiten, ob die irgendwie Geld verdienen, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Manche geben ja auch wirklich Vorträge und kassieren dafür auch Geld und das ist ja auch gar nicht, wird gar nicht wirklich so billig. Davon kann man dann ja vielleicht auch leben. Ja, und das sind dann, aber manche brauchen vielleicht auch das Geld nicht, sondern wollen einfach nur dieses Gefühl aufrechterhalten. Und durch diese Impulse von außen, durch die Schüler ist es vielleicht leichter, dieses Narrativ tatsächlich aufrecht zu erhalten. Das wäre denkbar. Womit ich nicht sagen möchte, dass nicht der eine oder die andere da drunter ist, die tatsächlich sich total gefestigt in so einem Zustand befindet. Vielleicht auch ohne, ohne die Notwendigkeit für Schüler. Wie gesagt, darüber könnte man sich unterhalten. Was ist denn dann Erleuchtung? Was ist das dann? Ist das wirklich etwas, was quasi vor dem Körper ist? Also quasi darüber hinaus geht? Ist das, ist dieser Zustand, dieser, ich sag mal, zustandslose Zustand, müsste man ja eigentlich sagen, ist das wirklich etwas, was darüber hinaus geht über alles, über unsere normale Wirklichkeit? Und findet unsere Wirklichkeit nur darin statt? In diesem einen, man könnte das ja auch physikalisch ausdrücken, man könnte sagen, okay, das ist alles nur eine Art Quantenfeld. Ein riesiges oder auch winzig kleines, ja, intelligentes, bewusstes Informationsfeld sozusagen, in dem alles schwingt und in dem alles stattfindet? Könnte man ja auch so ausdrücken. Ist es so etwas, was über mich als Einzelnes, über meine Körpergrenzen hinausgeht? Oder ist Erleuchtung vielleicht etwas, was, also um nochmal, oder um zu sagen genau, in diesem Feld gibt es eigentlich auch niemanden, es gibt auch keine anderen, es gibt mich nicht und die anderen in Wirklichkeit auch nicht. Oder aber ist Erleuchtung so etwas vielleicht, was im Einzelnen, im Gehirn stattfindet? Ist das eine Art Zustand, den ich, ein neuronaler Zustand, den ich erreichen und vielleicht sogar aufrechterhalten kann? Ist das vielleicht so etwas? Und dann ist es in gewisser Hinsicht aber auch real. Denn was in unserem Gehirn passiert, das ist ja für uns wirklich, das kann sich verändern und wir können irgendwas, was wirklich war, auch wieder als unwirklich erkennen, aber dann wird es ersetzt durch irgendwas anderes. Also in unserem Gehirn wird es ja quasi real. Wie die Wissenschaftler sagt nochmal, die allgemeingültige, also eigentlich uns allen zugrunde liegende Realität gibt es wirklich, aber niemand von uns ist jemals dort gewesen. Wir können die nicht sehen, wir können nur das sehen, was wir individuell als Wirklichkeit daraus bauen. Ja, und von daher ist eben vielleicht dann auch so ein Zustand des Erwachens oder der Erleuchtung ein Zustand im Gehirn, der zehn Sekunden, zwei Stunden oder vielleicht ein Leben lang halten kann. Dann ist er in gewisser Hinsicht auch real und kann sich auch genau so anfühlen, wie das, was immer beschrieben ist. Aber das weiß ich letzten Endes nicht. Was ist das denn für dich? Was ist für dich denn Erleuchtung oder Erwachen? Was ist das für dich? Das würde mich mal interessieren. Also ich komme immer an Schwierigkeiten, wenn ich zum Beispiel ja zum einen gefragt werde, wie in diesem Moment, was ist Erleuchtung oder hast du denn diese Erleuchtung? Das mir vor ein paar Wochen mal wieder passiert, habe ich gesagt, nee, also ich weiß zwar nicht genau, was du unter Erleuchtung verstehst, wenn du die Frage stellst, aber wohl gut ist die Antwort, nein, ich habe nicht das, was du dir unter Erleuchtung vorstellst. Natürlich im Buddhismus, besonders auch im Zen, spricht man häufiger über Erleuchtung und manche Leute praktizieren Zen exakt, weil sie es haben wollen, diese Erfahrung, von der sie zwar nicht genau wissen, was es ist, aber hoffentlich löst es alle meine Probleme und mein Leben wird besser sein, wenn ich sie einmal gemacht habe. Und ich hatte das Glück oder vielleicht auch das Pech, dass ich zu einem Meister gelangt bin, der mir im Grunde gesagt hat, vergiss das mit der Erleuchtung, vergiss es. Solange du danach was suchst und versuchst zu greifen, wirst du es nie finden. Und selbst wenn du nie erleuchtet werden wirst, praktiziere jetzt einfach mal zehn Jahre und nach den zehn Jahren noch mal zehn Jahre und nach 20 Jahren noch mal zehn Jahre und damals war ich Mitte 20, wenn du es 30 Jahre gemacht hast, dann wirst du Mitte 50 sein. Und das ist alles. Und im Grunde ist es auch, naja, also ich meine, natürlich verändert einen die Praxis, aber jetzt in meinem Fall, ich könnte ehrlich, also ein Ausdruck, den ich immer wieder verwende und wenn ich diesen Ausdruck verwende, denken die Leute wahrscheinlich an Erleuchtung, ist Sterben auf dem Kissen. Also gemeint ist das Meditationskissen. Man setzt sich da hin und wenn man lange und intensiv sitzt im Kloster, wie das der Fall ist, manchmal eine ganze Woche von morgens bis abends und es gibt dann auch intensive Zeiten, wo man sich auch nachts nicht hinlegt. Man kommt natürlich an seine Grenze und überlegt sich, packe ich meine Koffer, fahre ich wieder nach Hause, nach Deutschland. Aber wenn man dann weiter sitzt, man muss dann durch so ein inneres Nadel über. und dazu muss man von allem loslassen und es fühlt sich so an, als sterbe man aber im nächsten Moment, also für mich war immer diese Erfahrung, das fühlte sich so an, bis dahin, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Und obwohl ich schon recht früh mit Selbstmordgedanken mich immer getragen habe, wäre es nicht besser, wenn ich nie geboren worden wäre und jetzt, okay, ich kann nichts daran ändern, dass ich geboren wurde, aber ich kann mich doch jederzeit umbringen, wäre das nicht besser. Also bei mir war es weniger die Angst vor dem Tod als Sehnsucht. Ich will nicht mehr da sein. Ich will ausgelöscht sein. Aber ich wusste ja auch nie, was auf der anderen Seite von der Tür ist. Ich hatte nie den Mut, dann durch die Tür durchzugehen, denn man weiß ja nicht, was auf der anderen Seite ist. Und diese Erfahrung des totalen Loslassens des Sterbens auf dem Kissen, auf dem Kissen, es wird dann gefolgt von der Überraschung, aber ich lebe ja noch und es ist wunderbar. Bis dahin fühlt es sich nie wunderbar an, sondern es ist wunderbar. Es ist wunderbar, dass ich noch diesen Tag habe, dass ich hier noch sitze, obwohl die Schmerzen zum Beispiel, die sehr stark sein können, die Schmerzen sind noch da, aber selbst die Schmerzen können mir nichts mehr anhaben. Also wenn man jetzt allerdings 100 Zen-Meister fragt, was ist Erleuchtung? Dann wirst du wahrscheinlich finden, Leute finden, die Dinge sagen über Erleuchtung, die in eine ähnliche Richtung gehen, aber dann auch wieder andere sagen, die sagen, das ist gar nicht Erleuchtung. Also es gibt keine, zumindest nicht mir bekannte, genaue Definition, was jetzt genau Erleuchtung ist. Oder wenn es etwas im Hirn wäre, es wäre dann natürlich auch mal schön zu wissen, zu hören von irgendeinem Hirnforscher, der uns genau sagt, was genau im Hirn dann passieren muss. Und dann könnte man gucken, ist das beim Dalai Lama der Fall und wie ist es mit dem Muro und wie ist es mit dem Björn? Wie unterscheiden sich die Zustände? Aber mir ist es nicht bekannt und ich bin halt einer von denen, die sagen, also je weniger du dich mit dieser Erleuchtung beschäftigst, solange du sie nicht hast, glaubst, ich will sie haben und wenn du dann einmal eine Erfahrung hast, die sich so ein bisschen danach angefühlt hat, wie das, was du in den Büchern gelesen hast, wie weniger du dann damit rumläufst und sagst, ich habe es. Vor drei Jahren hatte ich das und das. Je weniger davon, umso besser. Je weniger Erleuchtung, desto besser. Und wenn ich diese Frage gestellt bekommen habe, ja und was ist jetzt eine, die Erleuchtung, was ich dann immer sage, das sind jetzt Worte von einem Zen-Meister, der ist Dogen, der lebte vor 800 Jahren in Japan, der sagte, die Erkenntnis, dass du in der Illusion steckst, dass du ein Mensch bist in der Irre, ist Erleuchtung. Und das überrascht viele, weil sie glauben, ja, aber Erleuchtung bedeutet doch, rauszukommen aus der Irre. Einer, der erleuchtet ist, der ist nicht mehr in der Irre. Und Dogen sagt im Grunde das Umgekehrte. Wenn du glaubst, du wirst erleuchtet, das ist Irre. Wenn du dagegen erkennst, du bist in der Irre, das ist Erleuchtung. Also es ist dieser paradoxe Kreislauf. Wenn du glaubst, du verstehst nicht, dann hast du bereits was verstanden. Wenn du dagegen glaubst, ich habe es verstanden. Okay. In dem Moment gehst du in die Irre. Das heißt, du bist eigentlich nie an einem Punkt, wo du sagen kannst, jetzt habe ich es. Das ist zumindest meine Auffassung. Es gibt bestimmt auch viele Buddhisten, die sagen, nee, 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 nee. Der Buddha, als der die Erleuchtung erfuhr, der wusste, er hat es. Der Buddha hat gesagt, ich stecke jetzt in der Irre. Also du wirst viele Buddhisten finden, die mir hier widersprechen. Aber das ist zumindest meine Definition von Erleuchtung. Und deshalb, wenn du mich fragen wirst, wie ist es mit dir? Hast du Erleuchtung? Nein, nein. Ich würde sagen, Gott sei Dank. Buddha sei Dank. Buddha sei Dank. Denn Erleuchtung, dann hätte ich noch ein Problem mehr. Und ich habe auch schon genug genug in meinem Leben. Wenn ich mich jetzt rumschleppen müsste mit der Erleuchtung um Gottes Willen, wäre nicht einfach für mich. Und meine Umwelt, die hätte wahrscheinlich auch drunter zu leiden. unter dem erleuchteten Muho, der allen dann auch erzählen muss über seine Erleuchtung. Das fand ich interessant in einem deiner Gespräche. Ich glaube, mit dem Simon und der Cosima sagtest du, wenn es wirklich einen Erleuchteten gibt, der würde nicht darüber sprechen. Da komme ich dann gleich nochmal drauf. Ich muss den Kater wieder reinlassen. Der will heute rein und raus und rein und raus. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020